ist es tatsächlich nur eine pause oder machen die märkte ein bisschen auf die war auf drama modus na gut gucken was uns an viel hat sich nicht getan aber ein bisschen eben das zeichen für rücksetzer fangen wir mit dem dax in diesem fall an denn der hat das eigentlich ganz hübsch hingekriegt der dax index zumindest mal er hat einen schönen abwärtsmarsch wenn er jetzt hier irgendwie sowas so halbwegs hinbekommt naja dann könnt ihr euch vorstellen erwarte ich ja sowieso eine bewegungsrichtung ungefähr dieser art spricht das was ihr vorne habt nach der pause wenn die pause irgendwo in die mitte reinläuft wenn ihr das ein bisschen genauer sehen wollt manchmal kriege ich ja den hinweis mensch mach es doch mal groß dass wir was sehen können auch häufig sind mir die einzelnen werte hier gar nicht so wichtig denn es kommt mir eher darauf an dass ihr nachvollziehen kann könnt von wo bis wo gemessen wird aber ich weiß natürlich einige sagen ja das ist ja schön dass du messen kannst ich kann das tagsüber nicht ich will ein bisschen werte sehen eigentlich wäre für den dax der bereich ungefähr von 15.500 sagen wir mal 70 von mir aus bis 15.650 in etwa die zielzone da ist er drin ein bisschen mehr symmetrie wünsche ich mir ihr wisst das symmetrie ist das halbe leben das sieht gleich alles viel schöner aus also ein bisschen höher das ist jetzt mal nur eine annahme das ist jetzt nicht oh gott das macht er aber so ein bisschen 610 fände ich eigentlich ganz klasse und dann könnte man nachher sagen hier das ist auch ein echtes zwischentief wenn er das durchstößt machen wir das was wir da vorne haben nochmal und wenn es ungefähr so raus käme wie wir das jetzt angedacht haben dann wären die zielzonen ungefähr bei 15.350 aber das hängt natürlich noch davon ab wo ist der hochpunkt und so weiter also insofern da müsst ihr nochmal aufpassen merkt euch aber so diese erste strecke da hinten nochmal und entry wäre sozusagen das zwischentief das mögliche man kann natürlich auch sagen ist doch jetzt auch schon korrektiv ich gehe jetzt trotzdem short lieber wäre es mir aber wenn ihr diese funktion diese diese wellenformation ein bisschen sauberer ausarbeitet wo es haben was haben wir gesagt 15.360 wenn ich mir das mal angucke 15.360 dann liegen wir hier ungefähr wo mein mauszeiger jetzt ist und damit auf jeden fall ohne konflikt auf das zwischenhoch was wir hier hatten ihr erinnert euch ich hatte gesagt solange wir in irgendeiner korrektur bewegung unterwegs sind ja gut dann geht es halt noch mal runter solange wir oberhalb dieser 15.300er marke bleiben ist die welt zumindest mal aus bullischer sicht nicht beschädigt ja das ist dann einfach so ein bisschen hoch gott dann lass ihn doch mal ein päuschen machen und dann kann er ja nachher wieder steigen ob die pause tatsächlich so aussieht das ist jetzt kein versprechen diesen short den ich euch hier eben im kleineren chart 15 minuten angekündigt habe nur wenn er das ganze triggert es gibt natürlich auch möglichkeiten dass da irgendwie sowas jetzt macht oder keine ahnung also auf verschiedene andere art und weise da unterwegs ist deshalb ist es wichtig dass ihr hier mal drauf guckt wenn ihr sagt dass mir alles hier das will ich gar nicht gucken dann behalte die 15.300er im blick bleiben wir oberhalb ist erst noch mal alles in ordnung wenn wir da drunter gehen dann habe ich das dunkelbraune gefühl dass wir dann auch die 13.800 hier im übergeordneten ich mache auch das noch mal groß dass ihr was sehen könnt also dass wir diese marke hier also die muss jetzt nicht exakt angesteuert werden aber ich sag mal grob diesen bereich 14.400 13.200 gerne eben irgendwo in diesem umfeld hier dieses zwischentiefs dieses zwischen hochs hier dass wir die noch mal anstören merkt euch mal 14.000 13.800 oder 700 so das ist so diese hardcore zone ob das jetzt tatsächlich stattfindet weiß ich nicht aber ich habe eine idee ab wann ich mich eher darauf vorbereitet das ist beim bruch der genannten 13.500 15.300 so also hier vielleicht noch mal inzwischen short ob das heute nachmittag noch relevant ist da bin ich mal ziemlich sicher nein denn der markt ist im feierabend modus es ist ostern es drohen feiertage morgen karfreitag ist an allen börsen mehr oder weniger an allen börsen auf jeden fall deutschland amerika ist zu und insofern bereitet man sich jetzt eher darauf vorher eine ruhige kugel zu schieben ich gehe nicht davon aus dass heute im laufe des tages noch viel passiert außer dass die marktteilnehmer sagen oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott wer weiß wohin das noch führt ich glaube ich gehe da mal raus aus dem markt ich will das risiko übers wochenende nicht halten das ist etwas was ihr beobachten sollte gehen die marktteilnehmer massiv heute noch raus aus dem markt dann ist mein dringender tipp achtet da drauf die marktteilnehmer trauen dem braten nicht die wollen nicht übers wochenende übers längere wochenende handeln merkt euch deutschland montag feiertag amerika montag offen ja also amerika wenn ihr unterwegs sein wollt am wochenende am langen osterwochenende wäre der montagnachmittag noch gut schon mal jetzt der hinweis von mir kriegt ihr am montag keine nachrichten da ist noch in deutschland feiertag ich werde da auch sehr dezent drauf gucken auf die märkte ich bin zwar in der nähe aber da gibt es dann von mir noch keinen neuen beitrag ab dienstag geht das dann weiter so aber falls ihr da drauf gucken wollt heute vermutlich eher eine ruhige kugel wenn dann allerdings aus meiner sicht eher die abwärtsseite da hat sich seit gestern nicht viel daran getan ich mache es auch hier wieder groß das ist der dow jones future der märz kontrakt und ihr seht auch wenn ich mein geklähe noch mal weg mache starke richtung war das das ist eine andere richtung die geht aufwärts und jetzt überlegt ihr euch ist die genauso stark wie die und dann überlegt ihr euch welche richtung mögt ihr im moment lieber ich mag es zwar nicht weil hier der hochpunkt ist hätte eigentlich noch mal ein bisschen höher gehen können aber wenn ihr mich jetzt fragt welche richtung ist die in diesem chart segment im fünf minuten chart also für die letzten paar tage beziehungsweise für die nächsten paar tage also wenn die börse wieder offen ist die relevantere muss ich sagen ich finde die short seite ist die die wohl mehr prägnanz aufbringt nämlich mit diesem scharfen runterschub und der sehr dezenten aufwärts gegenwehr also da kann man jetzt noch nicht sagen dass die bullen gesagt haben hier da wir sträuben uns mit haut und haaren aber ihr erinnert euch wir hatten gestern über verschiedene trade varianten hier nachgedacht das könnt ihr euch gestern in dem video noch mal angucken das muss ich euch nicht eins zu eins noch mal hinzeichnen aber ein rücksetzer dieser art 33.300 das ist jetzt mal nur auch hier wieder damit wir so eine daumen regel das ist jetzt nicht dass das punktgenau angesteuert wird aber damit man ungefähr so halbwegs ja dann haben wir ungefähr das hier als der zielzone 33.300 wäre die entsprechende marke und die wäre immer noch ihr seht das hier ich mache es auch gleich noch mal groß weit weg von dem zwischenhoch gucken im vier stunden chart also wenn das wirklich die 33.300 wäre hätten wir hier zwar eine wunderbare korrektur das ist die die wir uns im fünfminuten chart angeguckt haben die aber wunderbar auch in dieses szenario dieser marktbewegung eben noch passt und man würde sagen was willst du denn ist doch alles immer noch bullisch also abwärts ja da spricht einiges dafür aber solange es in dem ungefähren ausmaß bleibt über das wird gerade gesprochen haben ist alles safe ist der bullenmarkt überhaupt nicht kaputt und beim dow jones insbesondere haben wir sowieso eine ganz hohe affinität zum bullenmarkt auch durch den tageschart den wir da haben nur wenn wir unter 33.000 gehen also nicht die 33.300 das wäre okay wenn er dann noch mal 50 dazu addiert auch in ordnung aber wenn unter 33 also unter das hoch vom 22 märz geht dann ist die frage was ist der plan spielen wir noch im gleichen spiel oder sind die schon auf was ganz anderem wieder unterwegs was wir gar nicht im blick haben das wäre für mich auf jeden fall eher ein short zeichen entsprechend auch hier die abwärtsseite wir hatten hier so ein paar szenarien das sind allerdings keine schlüssigen short szenarien also wo man irgendwie rein kommt also ich zumindest mal nicht gut dass wir im trade des tages gestern ja hier einen konkreten vorschlag gemacht hatten hier auf der abwärtsseite der läuft ja naja er ist noch nicht jetzt der super gewinnbringer aber ist auf jeden fall mal auf der plus seite unterwegs und dementsprechend die abwärtsseite wäre uns auch ganz lieb signaltechnisch ganz okay und sie wäre ja auch vollkommen in ordnung hier haben wir so ein paar marken haben sie nicht verändert seit gestern das ist hier so ein zwischenhoch 22. märz müsst ihr euch merken 22. märz das liegt ungefähr bei 4070 75 lasst es ungefähr sein und dann haben wir so ein kleines noch mal bei 4034 besser nicht mehr da durchgehen um die stimmung nicht ganz kaputt zu machen aber wir haben noch mal den trendkanal also ihr seht hier ist das nicht so klar definiert welche marke jetzt hier der killer wäre für die bullische seite insbesondere auch deshalb weil ich sowieso sowohl im vier stunden chart als auch in dem übergeordneten eigentlich kein großer freund des bullenmarktes beim s&p bin aber wie gesagt die genannten marken könnten da ein bisschen unterstützen so hier gehen wir noch mal ganz kurz fünf minuten chart beim nasdaq da hatte ich ja gestern mal einen vorschlag gemacht da sah der chart noch so aus und habe ich gesagt wenn der schub nach oben kommt wenn wissen wir nicht aber wenn er nach oben kommt und dann nach eine korrektur dann gehen wir long an der stelle was ist passiert das kam nicht ja gut damit haben wir aber auch nichts kaputt gemacht also das kann ja sein dass es nicht kommt es ist nur habt wie heißt es sandalen an den füßen die hüften gegürtet oder sowas irgendwie keine ahnung bin da nicht mehr ganz fest mit dem aber den stab in der hand seid bereit wenn es dann losgeht dass ihr dann entsprechend loslegen könnt auf jeden fall hatten wir jetzt heute nachmittag so einen kleinen aha moment im fünf minuten chart schub nach oben jetzt hier vielleicht wackelig die abwärts also heute vormittag ist das hier und jetzt hier nachmittags noch mal ein bisschen wackelig eine möglichkeit wenn er denn jetzt bald dreht wäre an dieser stelle das ist ein zwischenhoch was wir hatten 14 30 manch einer erinnert sich da gab es zahlen die können wir mal eben schnell angucken nämlich hier seht ihr das um 14 30 die initial jobless claims mehr als erwartet ja also hoch auch das ist ein bisschen höher revidiert worden meines wissens waren das 198 vorher ganz sicher bin ich nicht es ist weniger als zuvor allerdings ist es mehr als erwartet und der markt hat wie folgt darauf reagiert ihr seht der vorteil ist sie muss gar nicht selber nachdenken er hat erst mal gewackelt das macht er um termine gerne und wenn der kurs jetzt tatsächlich diese marke durchstößt wäre das zumindest ein long zeichen aber wer ein bisschen das chance risiko prinzip verstanden hat sieht schon so 100 prozent lukrativ ist das er nicht aber wir können auf die nächste starke bewegung warten wackelige gegenwehr und dann trigger ach nee macht er nicht ist nach unten durch natürlich wenn er nach unten durch ist ist die long seite da geschichte also nicht sagen vielleicht hätte er ja noch hier nee 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 da ist ja neues tief schon 78er marke ist für mich der killer für die long seite dann habe ich keine lust mehr also wir können das mal ganz kurz noch mal dass ihr vielleicht auch noch lerntechnisch etwas mitnehmen konntet wenn der rücksetzer unter die 78 er geht ist das zwar kein beweis dass es nicht mehr hoch geht aber dann ist die wahrscheinlichkeit für long nicht mehr so groß an der stelle war mir klar na gut lass es mal sein vorläufig mit dem long erst geht es noch tiefer nämlich einmal hierdurch und danach kann es ja nach oben gehen das haben wir hier ich sag mal so eine prognose oder soll es eine prophezeiung sein ich bin mir gar nicht sicher irgendwas mit wenig wahrheitsgehalt ich vermute aber mal dass vor dem wochenende jetzt vor dem langen nicht mehr so arg viel passiert ich glaube nicht dass viele sich noch neu aus dem fenster lehnen und das ganze behalten wollen ich mag völlig falsch liegen aber ich glaube eher nicht und ich gehe eher davon aus dass wenn dann gewinnmitnahmen und die dürften wohl eher drücken nachdem es jetzt die letzten tage ja im märz sehen wir das hier doch deutlich nach oben gegangen ist dass dann der ein oder andere sagt komm machen wir mal cashen wir mal ein aber das ist eine prognose ich weiß nicht wie seriös die ist aber wie man darauf handelt das habe ich euch jetzt an mehreren stellen gezeigt in diesem sinne wünsche ich euch ein wunderschönes wochenende ein langes wochenende und natürlich ein frohes osterfest egal ob ihr das besinnlich ruhig alleine oder im kreise der familie mit suchen ohne suchen mit eier färben oder nicht begeht so dass es euch spaß macht wenn ihr wollt guckt euch ein bisschen die märkte an nächste woche geht es weiter aber erholt euch auch mal zwischendurch ist es für manche gerade stressig genug in diesem sinne euch alles gute ganz liebe grüße und bis zum nächsten mal